Musik Also es gibt ja immer so Weinempfehlungen für das Essen, ja, und die sind genau definiert. Das finde ich schon so ziemlich unerotisch, ja, also eine Weinempfehlung muss ganz einfach und knackig sein. Aber natürlich muss es nicht immer der Wein sein. Also für ein deftiges Essen, für ein Grillevent zum Beispiel, ja, warum nicht mal auf Alkohol verzichten? Bier trinken, 0,0 aus der Flasche, das macht laute, das fördert die Kommunikation. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich bin sehr, sehr, sehr gerne Gastgeber, auch bei mir privat zu Hause. Und dann freuen sich alle, wenn man unkompliziert, auch vor allen Dingen im Sommer, was Unkompliziertes trinken kann. Ich bin sehr, sehr gerne Gastgeber. Ich bin sehr, sehr gerne Gastgeber.